Bescheid. Liebe Besucherinnen und Besucher, wir möchten Sie darüber informieren, dass unser Grillmeister den Grill leider selbst verspeist hat und dementsprechend jetzt gerade noch einen Grill holen muss. Bei einer gerinnenden Geschwindigkeit bedarf das allerdings noch 2-3 Minuten. Danach ist der Grillmeister auch wieder fürs da. Der Grillmeister hat den Grill wieder verspeist. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Aber... Wie kann ich geblitzt werden, wenn ich gegen den Baum fahre? Das geht doch gar nicht. Hä? Ich dachte, die sind wieder da? Ja, aber hier gehören die nicht hin. Achso. Ich würde fühlen, wenn eine Mirror-Waffe hier so ein bisschen belebt wird oder MG-13. Also ich würde Ihnen ja dafür Geld geben, dass Sie hier alles umpacken. Das ist schön. Haben Sie nicht gesehen, alles gut. Ja, Augenprobleme. Wir bringen den zurück da, wo er hingehört. Sehen Sie das Auto nicht? Ich sehe... Ich sehe auch kein Auto. Gegen was Sie die ganze Zeit fahren. Kann passieren, ne? Ja, kann passieren. Das ist alles gut. Oh, oh, oh. Punkt da. Oh, Alter. Kann passieren. Kann passieren. Gut, wir fahren dann auch am besten mal... Ja. Genau. Hier lang. Ey, spring dich in die Tancke, Idioten. Hoch. Hoch. Ich will nicht in die Wehre sind. Die gehen in die Bank jetzt, ne? Die kommen jetzt in die Bank, die kommen in die Bank, die kommen in die Bank, die kommen Perfekt. Okay, wir haben... Haltet die immer mal so, so ein bisschen, dass ihr immer links lauft, lauft mal mal links. Die kommen auf die Sachen, ne? Haltet mal alle auf denen am Dach, erst mal, dass der, dass der Weste ziehen muss. Und jetzt die unten, die unten, die unten, die unten, die unten, die unten. Und euch die unten. Hier bekommt ein Draft, hier bekommt ein Draft, hier bekommt. Hinter uns. Umdrehen, 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 umdrehen. Rent mal Richtung Norden jetzt alle. Bzw. durch die Gasse hier. Komm, Max, 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 Max. Gasse? Ja, ich war, ich war so dumm schon wieder. Also, meine Pose ist die dümmste auf der ganzen Welt immer. Das ist richtig lost. Ich kann, ey, jetzt mal for real. Ich kann, finde ich ruhig, ich finde, ich kann richtig gut drive by'n mittlerweile, ne? Aber meine Pose immer wieder beim Fighten ist viel zu dumm. Ja, Stopp, Schild. Ey! Stopp jetzt. Ich kann da halt doch nicht so viel aus. Schneid mir einfach eine, die hässliche Platze drauf. Junge, den hole ich mir. Aua. Seit wann ist da eine Mauer? Wer hat denn mir so ein scheiß Ding hingestellt, Junge? Der. Wenn man nachgibt und dann dürfen sie auch raus. Ach, hör auf, Alter. Haut rein, Jungs. Schönes Leben noch. Entreden. Ey, Froninger, Hilfe! Medics bei uns drüben. Wir haben ja eine Person verloren. Ach, du Schreck. Kannst mich schon denken. Was ist da oben? Was? Was ist da? Ein Baum. Ein Baum? Das ist ein Baum. Ich kann ja vielleicht gleich vorbeikommen mit meinem Streifen. Komm vorbein zum Baum. Ich stehe jetzt den ganzen Tag hier. Okay. Ich lasse ihn nicht mehr aus den Augen raus. Bleibst du 24 Stunden weiter, Baum? Und dann machst du einen Marathon ab. Kann auch sein, dass ich Krawatte anhaben habe? Ich stehe schon mal hier für den Wärmungsgespräch, okay? Ich halte schon mal die Stellung, dass keiner einen Baum klaut. Jetzt wo der so unbewahrt ist. Ich komme gleich schon mal vorbei. Ja, sag mal, wenn du da bist, okay? Mach ich, mach ich. Alles klar, ich gehe bis derzeit ein bisschen schwimmt. Was ist denn das für ein Scheiß? Halten Sie durch, halten Sie doch einen Augenblick durch, ja? Ey, da haben Sie ein scheiniges Glück, dass ich Sie hier rumgefunden habe. Ey, da... Oh nein. Nein! Machen Sie keinen Scheiß. Nein! Hä? Hallo? 90, wir werden jetzt beschossen von denen. Ich würde sagen, wir sammeln uns vom alten Yakuza-Anwesen, alle jetzt mal. Ihr kommt hier, wir werden hier verfolgt von denen. Wir brennen, wir brennen, wir brennen. Leute, jetzt liegt es denn, dass wir sammeln uns am alten Yakuza-Anwesen, Junge. Wo sammeln wir uns denn? Wir sind in Gefahr, wir sammeln uns. Hattori, Junge. Alter Yakuza-Anwesen. Hallo, die Dame. Hallo? Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Haben Sie vielleicht eine Minute für mich? Äh, worum geht's denn? Ey, ich sag Ihnen ehrlich, ne? Ich bin hier gerade langgefahren und ich hab Sie gerade hier am Straßenrand stehen sehen. Ich glaube, ich hab mich gerade so verliegt. Okay. Es tut mir wirklich leid. Ich konnte gerade nicht anders außer anzuhalten. Okay. Ja. Sie sind wirklich eine sehr hübsche Frau. Vielen Dank, vielen Dank. Ich konnte, kennen Sie dieses Gefühl, wenn man sich schockverliebt? War gerade wirklich, ich hab, hab gerade bestimmt drei Sekunden konnte ich nicht atmen. Hab ich gesagt, kenne ich es nicht? Nein. Nicht? Nein. Sie sind wirklich wundervoll. Dankeschön. Darf ich Sie wiedersehen? Warum nicht, ne? Oh. Oh mein Gott. Ich bin Schatz, der hat wieder hingeschlagen, ne? Ich bin jetzt wieder wie damals, als wir noch kein Paar waren. Ich bin nicht mehr für dich da, für dich da. Handy auf Sturm. Hab keine Zeit, ruf mich nicht an. Handy auf Sturm. Will dich nicht sehen, brauche dich nicht. Handy auf Sturm. Und ich hab keine Zeit, mit dir muss grad nichts sein. Ich seh sie in diesem Kleid. Hier komm ne Flasche rein. Handy auf Sturm. Hab keine Zeit, will dich nicht sehen. Handy auf Sturm. Handy auf Sturm. Ruf mich nicht an, brauche dich nicht. Handy auf Sturm.